Du möchtest köstlichen Flammlachs zu Hause selber machen? Das geht perfekt mit dem Edelstahl-Flammlachshalter von Fennec. Im Gegensatz zu den Vertretern aus Holz haben wir hier den klaren Vorteil, dass das Material sich nicht mit der Zeit abträgt oder verbrennt. Außerdem können wir hier komplett geruchs- und keimfrei arbeiten und das Ganze ist auch noch super easy in der Reinigung. Vor der Nutzung einfach etwas Öl auftragen und schon haftet unser Lachs nicht mehr an. Auch die Befestigung ist super entspannt. Wir brauchen hier keine Schrauben oder ähnliches. Das Ganze wird nur gesteckt. Diese beiden Haken kommen ans Ende, dann der Halter darüber und dann wird das Ganze mit diesem Teil festgespannt. Und so können wir jegliches Gargut, egal ob dick oder dünn, wunderbar stabil hier an unserem Halter befestigen. Das funktioniert wunderbar mit Lachs. Man könnte hier aber auch anderes Fleisch oder was einem sonst so einfällt benutzen. Dann haben wir hier ein wunderbar universelles Befestigungssystem. Damit lässt sich das Ganze jetzt an jeder Feuerschale, Kugelgrill etc. befestigen. Funktioniert auch super an der Hexagon-Feuerschale. Und wir können den Lachs in verschiedenen Neigungen befestigen. Es empfiehlt sich aber hier etwas mehr Abstand zur Flamme zu halten, damit das Ganze nicht verbrennt. Sollte der Lachs mal nicht ganz gleichmäßig garen, können wir ihn auch einfach um 180 Grad umdrehen, denn die Halterung ist an beiden Seiten angebracht und so erhalten wir eine wunderschön gleichmäßige Kruste. Auch sehr praktisch sind diese im Lieferumfang enthaltenen Hitzeschutzleisten. Damit können wir jetzt den heißen Flammlachshalter direkt am Tisch servieren, ohne dass unser Tisch verbrennt und haben auch noch die Möglichkeit, beispielsweise Teelichter darunter zu platzieren, um das Ganze warm zu halten. Das Entfernen der Halterung ist genauso einfach wie das Anbringen. Einfach Spanner ziehen und Halterung entfernen und schon können wir unseren köstlichen Lachs genießen. Außen schön knusprig und innen saftig. So muss ein perfekter Flammlachs sein. Und wie gesagt, das Reinigen auch super einfach. Hier haftet nichts an und alle Teile können sogar komplett in die Spülmaschine.